Hey Leute, herzlich willkommen zur letzten Folge von Modern Warfare 3, Call of Duty 8, Spec Ops Modus. Ja, Profela ist dabei. Wir begeben uns, voll abgehakt sprechen, in die letzte Mission, Feuermission und es wird tierisch abgehen. Ich bin der AC-130-Schütze, der eigentlich sein sollte, aber er ist eigentlich ein besserer AC-130-Schießer, aber ich will es halt aufnehmen. Aber ihr könnt ruhig ihm sagen, dass er ein toller AC-130... Ach, keine Ahnung, ich spiele jetzt einfach. Flamet einfach Lego an, dass er schlecht ist, fertig. Ne, das müsst ihr heute nicht, dann werdet ihr alle blockiert, muhahaha. Das wird er eh nicht, weil er dann seine tollen Zuschauer verliert. Nö, ich blockiere trotzdem. Schalten Sie die feindliche Luftabwehr aus und infiltrieren Sie Ihre Basis mit AC-130-Unterstützung. Ja, das ist ja einfach, das ist, äh... Ja, das... Das einfachste von die Welt. Und ja... Gibt's Leute, die so reden, ich hasse sowas, ey. Dann baller ich einfach mal drauf, ne? Oh, warte. Ho! Ey, das... Das ist aber geil. Mit oben und unten können Sie so... Ja, komm, töte doch mal. Ich stehe hier unter vollem Beschuss. Ja, Mann. Ich töte doch. Achso, sind da Leute? Oh! Was für eine Frage, ob da Leute sind, natürlich. Ja, das ist die letzte Mission, ne? Das wird richtig schwer jetzt. Alter, die ist auf zwei Minuten ausgelegt. Echt? Ich hab nur noch eine Minute fast. Alter, Soundbug. Was? Soundbug, ja, wasch durch. Oha. Ist das heftig. Oh. Komm, schieß, schieß. Ja, Mann. Da ist ein Payflow oder so. Ja, dann schieß ihn ab. Ey, ja, ich treff den Hauptsache nicht, ne? Ja, los, komm, geh durch. Ich weiß ja nicht, wer du davon bist. Ich muss kurz in Deckung gehen. Ja. Ja, passt. Was? Hab ich dich getötet? Keine Ahnung. Nochmal. Ja. Ja, Leute, das ist ziemlich schwer hier. Na, eigentlich nicht, aber... Schieß gleich diese dummen Autos ab hier. Ja, ja. Alter, wie es laggt, hä. Ja, kann sein. Alter. Wie heftig, Mann. Wie viele Leute hier sind, ne? Alter, wo sind denn die? Boah. Die haben alle einen Wallhack, ey. Die schießen mich alle durch die Wand ab, ey. Ja, ne? Hatte ich eben, als ich auf der Mission auf dem Dach stand, auch. Das ist ein Helikopter tot. Ja. So. Ja, das musst du jetzt alleine schaffen. Oh, Alter, du hast mich fast abgeschossen, ey. Oh, sorry. Los. Doch, das muss ich so alleine schaffen, lebe ich schon nicht mehr da. Ja, weil ich... Doch. Aber ich kann dir ja jetzt einfach nicht einfach so zwischenfunken. Boah. Schieß einfach... Du siehst mich doch bestimmt, oder? Ja, ja. Aber... Ja, Alter, dann schieß lieber vor mich. Ja. Schieß mal da an diese Röhre, ne? Röhren? Ist das Hardhead? Nein, Mann. Das ist alles mit Schnee, Junge. Achso. Ja, ich seh das ja nicht. Ich hab Thermal. Ja, ich seh nichts. Du bist so nah. Ich bin so weit weg. Du bist so nah. Ich... Boah. Ist der tot? Ja. Los, komm. Ich muss so ein Haus stürmen. Ja. Was muss ich verhindern? Hä? Hä? Chill, ich muss hier machen. Mein Schlag... Was? Wie jetzt? Was sollen wir da machen? Ach, du musst? Oha. Fuck, das hab ich gar nicht gesehen, was da ist. Oh, oh. Ähm, du musst jetzt irgendwas machen. Ich weiß auch, dass ich was machen muss. Meine Fresse. Da vorne sind ganz viele Gegner. Die kommen alle zu dir. Ja, dann tödst du doch. Du bist ein A2-130, Junge. Ja, okay. Alter, das war hart. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Meine Fresse. Das war knapp, oder? Ja. Ja. Ja, okay. Vorsicht. Wo? Warte, ich muss hier wieder so einen Haupteingang öffnen. Ich hab wieder diesen komischen Helikopter getötet. So, und jetzt infiltrieren sie durch den Haupteingang. Schnell. Warte, ich töte hier aber die Leute. Ja, Mann. Ich lasch durch. Ja, Mann. Gleich ein Auto, Alter. Pass auf. Boah. Verdammt. Nein, ey. Diese Mission. Pass auf, noch ein Versuch, dann bist du der Schütze. Ja. Komm, schieß. Am Anfang kommen eh zwei Autos zu mir. Die kannst du weit abknallen. Ja. Jetzt nicht mehr zu mir schießen. Jetzt sind da alle weg. Schieß jetzt da vorne hin. Ich schieß jetzt hier auf dieses Ding. Auf den Payflow. Das ist ein Payflow. Ja, ach. Und so ein Ding hier. Und zwei Autos. Alter. Das ist heftig. Was hier alles ist, ey. Ich seh hier nur noch weiße Punkte überall. Ich krieg überall Punkte, wo ich hinschieß. Alter, dann schieß. Ja. Hatte ich vor. So, was ist das? Ist das ein Auto? Ich schieß einfach mal drauf. Okay, soll ich wohl nicht. Okay, ich nehm lieber die G36. Die ist besser. Ja, Vorsicht. Ja, ich geh kurz hinter das Dixi-Klo. Ja. Gut. Warte. Bam, bam, bam. Boah. Pass auf, da bin ich, wo du gerade hingeschossen hast. Ja, ja. Da sind jetzt drei Leute bei dir. Dann ist da vorne einer. Vorsicht, ich hoffe, das trifft dich nicht. Ah, das kann ich durch. Oh, warte, da oben ist Nelly. Tod. Ja, ja, ich bin schon hier. Ja, nice. Was jetzt? Ich weiß es nicht, was jetzt passiert. Ja, ich schon. Du sollst irgendwas machen jetzt, ne? Ich weiß, ich weiß schon, was ich machen muss. Keine Angst. Ja, okay. Jetzt musst du irgendwas abschießen, glaube ich. Ja, was? Jetzt muss ich wieder weiterlaufen. Ja. Oh, da. So, jetzt kommen da wieder ganz viele raus, hast du gesagt. Ja, ja. Die kannst du bitte wieder alle abschießen. Nein, nein, ich habe ja schon verstanden. Ja, ja. Oh, hinter mir. So weit, ja. Ich weiß nicht, ob das Leute sind oder Feuer. Ja, ich mach's. Ich mach's. Da ist auf jeden Fall noch einer. Ja, hab ihn. Da. Ist der Pel... Ja. Alla, ich muss nur richtig kurz raufschießen. Schieß auf den Haupteingang. Schieß auf den Haupteingang. Das, was markiert ist. Ja, Mann. Schieß, da kommt so ein Auto raus. Okay. Schieß es ab. Ja. Ist das Auto kaputt. Beide, ja. Da waren zwei Autos. Ja, 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 ja. Ja, Mann. Ja. Nice, Alter. Geil, Mann. Wir haben, äh, ja, Mission 16 abgeschlossen. Damit hätten wir es endlich geschafft. Wir haben das Spiel durchgespielt. Ja, gibt's noch was zu sagen? Eigentlich danke an alle, die zugeschaut haben. Alle, denen es Spaß gemacht hat. Uns hat es auf jeden Fall sehr Spaß gemacht. Also mir. Ja. Ja. Und, äh, ja, man sieht sich vielleicht mal bei einem League of Legends Match. Vielleicht ist der Profiler da mal bei. Oder sonst was. Äh, ja, ich denke, wir sind fertig mit diesem Projekt. Und wir sehen uns dann, ja, bei den nächsten Let's Plays. Ciao. Jo, nicht vergessen, immer schön Kommentare schreiben und so. Ja, genau. Hier voll so. Und zum Abschluss einmal schaut auf seinem Kanal vorbei. Falls ihr das hier seht, ist vielleicht da schon das erste Video oben. Er macht ein Let's Play von Zelda. Und, oder, wolltest du doch, oder? Ja, ja, das kommt noch. Ja. Jo, dann, äh, wünsche ich euch dabei viel Spaß. Und, ja, bis dann. Jo, ciao, Leute. Ciao. Ciao.